Geht doch. Toll, zu lange gewartet. War ich unschließlich. So, da ran vorbei. Da ran vorbei. Da geht's rüber. Reit ist mir noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Oh, da wäre ich fast durchgekommen. Fast sogar richtig schön durchgekommen, muss ich sagen. Aber nur fast. Weil es da noch einen gibt, der mir Kopfzerbrechen bereitet. Wenn ich den schaffe, dann wird das alles gut. Aber nicht insofern, dass Muck Muck wieder deine ganze Zeit im Weg ist. Nein, 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 nein. Da wollte ich zu viel legen, zu kurze Zeit. Und das wird auch wieder nix. Zeig ich doch. Hat man auch schon im Ansatz gesehen, dass das nix wird. Und das ebenfalls nicht, weil Schmuck Muck hier einfach im Weg ist. Schmuck Muck, sieh zu, dass du das Land gewinnst. Und falls dich jetzt einige wundern, Ich hab ja eigentlich beim letzten Mal das Teil beendet. Ja, ich mach einfach an der Stelle direkt weiter. Ihr wisst ja, da bin ich so ein bisschen freidenkend. Das mach ich immer so nach Lust und Laune. So, nein. Da springt der wieder nicht. Der Klene, dreckige Fleischklumpen, Sack hier. So. Dieser dumme Berg, ne? Warum muss dieser Berg da unbedingt sein? Hätten sie in Mount Everest nicht irgendwo anders hin klatschen können? Irgendwo, wo er nicht im Weg ist? Naja, die Dark World ist ja extra dafür da, um ein bisschen schwerer zu sein. Aber doch nicht so schwer. So, an dir vorbei. Und ich schaff das nicht mit einem Sprung darüber. Das ist scheiße. Schade. Oder selig. Das sah, das sah sogar relativ auch interessant aus. Das könnte man auch versuchen, das so zu lösen, wie ich das eben gerade gemacht habe. Nein, nein, ich hab gegengelenkt. Ich hab gegengelenkt. Warum lenke ich denn gegen? Um da wieder in den dummen Schmockmock reinzufliehen. Los. Ich muss mir treu bleiben. Ich muss mir treu bleiben und deswegen springe ich auch in den Schmockmock da wieder rein. Weil ich mir treu bleiben muss. Das ist aber auch eine verdammt knappe Geschichte hier. Die Betreiber. Ja, Great A. Endlich, weiter geht's, nächstes Level. Schlüssel holen. Jetzt können wir hier nach oben getragen werden. Oder auch nicht. Weil ich es nicht schaffe, da vernünftig reinzuspringen. Also nehmen wir erstmal das Schmockmock nochmal mit. So. Ah, wunderbar. Brauche ich die Lüfte eigentlich hier dafür? Brauche ich gar nicht. Brauche ich eigentlich nur, um hier... Ja, nein, komm schon. Geh da hoch, danke. Um hier reinzukommen. Nein. Wer konnte denn damit rechnen, dass diese hässlichen roten Viecher jetzt wieder dazwischen sind? Wow. Das war knapp. So, dich als erstes holen. Nein, lass mich da runter. Och. Geh da weg, geh da weg. Geh da weg. Wie soll ich das denn bitteschön machen? Sonst bin ich doch da ewig und drei Tage da am Umharder mit denen. Och, das ist wieder eine Aufgabe für mich, ey. Wo ich mich mehrfach bei aufregen kann. Weil hier einfach alles im Weg ist. Ein kleines rotes Glibberviech. Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Na toll. Und jetzt heißt es, ich warte, bis das wieder mal da oben reingehe, da können wir nicht durch. Und jetzt heißt es, wieder warten, bis es hier hinkommt und sich dann wieder in die andere Richtung bewegt. Weil das ist ja toll, wenn wir so lange warten dürfen. Und dann können wir endlich Bandage Girl retten. Ja, wieder warten. Grade A ist das definitiv nicht. No way to... Grade A. Toll. Wie mich das Spiel einfach da verarscht hat. So. Von unten ran, damit ich hier oben reinkomme. Ui! Das sah gut aus. Jetzt heißt es aber wieder stundenlang warten, bis er hier weg ist. Geh da weg. Mua, wir laufen. Wieder warten. Das könnte jetzt etwas schneller werden, das Ganze. Denn, jetzt muss ich hier noch mal kurz warten. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Ich spreche mit dem ganzen Fleisch rum. Aus dem die Bäume steht. Nein! 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 Warum versemmel ich den, den einfachen Sprung, der doch wirklich einfach war? Na komm, geh da weg, geh da weg. Geh... Nein! Jetzt habe ich gedacht, ha komm, du läufst mal bis zum ganz Ende und läufst dann wieder zurück. Aber das... Ja. Das war wieder super. Huh? Ne, 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 ne! Ich tanze hier rum. Mit einem Beul. Na, 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 na. Na, 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 na. Ne, 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 ne. Hier stehe meine eigene Matsche drin. Oh, nein! Da springt der wieder nicht. Diese kleine rote Mischstück, ne? Macht nie das, was ich von ihm will. Das war knapp. Aber das haut hin. Verdammt, zu früh. Zu früh. Ich weiß jetzt, wie ich den Grade A definitiv hinbekomme. Dafür ist aber Geschwindigkeit und Reaktionsvermögen angesagt. Etwas, was ich besitze. Aber so nicht. Ich hoffe zumindest, dass ich das besitze. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Wunderbar, genau. So muss das sein. Nun muss ich da rein. Oh, jetzt ist... Ey, die ganze Zeit interessieren mich die Smogmox nicht ein Stückchen. Und jetzt sind sie natürlich wieder im Weg, oder was hier? So, jo. Und Gas geben. Verdammt, Axt. Ich will es aber auch immer schön machen, ne? Das muss ja auch auch sein. Weil nur mit schön geht das schön. Und los geht's. Ui! So, jetzt musst du das hier abpassen. Jetzt. Komm. Ja, ich bin da durch. Ich bin da durch. Ich bin da durch. Ich bin da durch. Nein. Nein. Warum, du blöder Drecksventilator? Was soll? Man. Jetzt kriege ich das da oben schön hin. Aber jetzt kriege ich das hier zurückkommen hin, oder was? Los, lass mich hier hoch. Lass mich da hoch. Ja, das war schon zu langsam. Komm, erledige mich. Das ist aber auch nicht wirklich nett von denen. Ach, das kann ich sogar noch ein bisschen schöner machen. Äh, so natürlich nicht. Der Meat Boy sammelt das hier ein, wenn er das nur ganz kurz berührt. Ach, ist schon wieder nichts geworden. Mein Gott. Meat Boy. So schwer ist das Ganze hier doch nicht. Los, hier hoch. Hier unten ran, da hoch, da rein und Vollgas. Toll. Toll, toll, toll. Keine Ahnung, wie mich dieser rote Slimer dann noch erwischt hat. Ach, leck mich doch an der Wort hier. So. So. Jetzt hier runter, hier hoch. Kurz warten und los. Geht das Gerenne. Das ist aber auch verflugt knapp. Und los geht das Gerenne. So. Moment. Moment, Moment. Rein da. Rein da. Ready. Oh, danke. War ja auch nur ein Hin und Her und Ton. Äh. Ich sehe Schlüssel ohne Ende. Ja, das ist ja mal richtig nett. So, wo ist ein Bandage. Ich weiß nicht, wo ich lang soll. Ich springe einfach mal hier rüber. Na toll. Ist irgendwo noch ein Schlüssel versteckt. Wo ist der? Und das ist auch wieder nur das Level rückwärts. Ja, das ist das Level, was wir hier schon mal bestritten haben. Nur rückwärts. Also andersrum. So, und geht's dort lang noch. Wären dieses Mock Mocks nicht hier, ne? Das würde alles vereinfachen. Aber richtig vereinfachen. Nicht nur so ein bisschen vereinfachen, sondern richtig, richtig vereinfachen. Weil das hier ist alles nicht wirklich schwierig. Hier muss man mal kurz durch. Hier muss man kurz runter, um dann da zu landen. Wunderbar. Wunderbar. Ah, Mann. Ich muss mir das merken. Dreimal rechts springen, zwei... Ne, zweimal rechts springen und dann erst hier so richtig stylisch darüber und so. So, und das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Das sieht sehr schön aus. Schade. Ich dachte, ich schaffe das da eventuell in das kleine Loch rein. So. Das war knapp. Da wäre ich wieder fast zu schnell gewesen. So wie es mir ja häufig passiert in diesem Spiel. Äh, ja. So, und jetzt beginnt der Spaß. Weil ich muss da oben diesen Schlüssel holen. Ich hab noch keine Ahnung, wie ich den am besten kriege. Ja, toll. Was war das denn für ein Sprung? Den hast du ja noch nie gemacht. So, hier links, rechts, rechts, links, Kombi. Ich muss kurz warten. Hier rüber. Das, ich, 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 man kann da rein. Man kann da rein, man kann da rein. Aber es ist schwierig. Aber man kann dadurch auch eine Menge Zeit sparen. Ich meine, ich mach hier sowieso schon ganz komische Spiele. Wie man so wahrscheinlich nicht machen würde. Als, äh, normal Spieler, sei jetzt mal. Und wo man einfach ein bisschen auch Schiss vor hätte. So. Schlüssel geholt. Und. Manager. Great, ey. Ja, dann holen wir uns jetzt hier noch kurz die Bandage. Weil die ist nicht schwer, wenn ich das richtig gesehen habe. Na, außer natürlich mach so'n Blödsinn. Zack, 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 zack. Hier links, rechts, Hand vorbei. Wunderbar, da können wir direkt mal, da ganz unten. Aber auch nur, weil ich dachte, da gibt's noch was. Nein, natürlich nicht, sondern weil. Den als süßer Mietbeut hier nicht das machen. Okay, es könnte doch vielleicht etwas schwerer werden, an die Bandage starren zu kommen. Wobei, mit einem anderen Charakter wäre das einfach. Aber dann krieg ich hier den West wahrscheinlich. Ah, zu früh. Zu früh. Ich muss dann noch einen Takten länger warten. Bevor ich da versuche, da teils zu besorgen. So. Jetzt. Okay. Hey, es ist doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Ich hab's nämlich gerade gesehen, wie man's machen kann. So. Und zack, hier rüber. Da den Boden nicht berühren, der ist nicht böse für mich. Keine Ahnung, warum ich das sage, aber ich stell mir ja gerne selber neue Herausforderungen. So, Bandage holen und dann da rechts noch irgendwie dran kommen, so dass man da von weg springen kann nach links. Das ist jetzt so mein Plan, den ich habe. Der total bekloppt ist wahrscheinlich. Der niemals hinhauen wird und den ich dann auch direkt wieder verwerfe, weil ich hier 50 mal fehle oder so. Aber das ist ja normal. So. Geht doch, sag ich doch. Ist doch einfach. Genau. Jetzt können wir uns hier ein bisschen Zeit lassen. Und das alles mal schön holen. Und mit Bandage. Ich hab wieder ein Special Level. Wieder so ein kaputtes Teil. Wieder eine Gold Stage oder keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Meat Boy Score 858. Nee, S8888. Ah. 8. Was? Was vom Teufel sind das hier? Bitte für Stages. Da muss man ja super genau springen, um das zu schaffen. Na komm. So. Hier drüber. Ah. So. Pause. Kurze Pause. Das muss der erkennen. Können wir hier hinterher? Können wir hier hinterher. Sehr gut. Oh, oh. Nein. Nein. Oh, ich hab da oben was Schlimmes gesehen. Da ist ein Ventilente wieder mit bei. Nicht gut. Ja, toll. Da wollte ich es wieder schön machen. Die gehen wir später an. Aber wir haben in dem Level alles Gold. Also holen wir uns jetzt Psy. Oder Psy. Psy. Okay. Die haben daran gefeilt an den Lasern. Oh. Ich könnte das aber schaffen. Sehr schön. Ähm. Ja. Warten. Hier nochmal eine kurze Pause einlegen. Bandage Girl erstmal holen. Mit Grade A. Und dann jetzt. Jetzt wird es lustig. Jetzt will ich da unten eine Bandage aufhaben. Weil die sah nicht so super schwierig jetzt aus, um die zu besorgen. Wow. Das war knapp. Ich hab mir mehrfach ihm gerade den Kopf abgesammelt. Aber das ist egal. Kann ich hier auch mal kurz warten. Nein. Wollte ich nicht mehr.